Für alle, die gerade was lernen, Schule, Studium, Weiterbildung für das verrückte Hobby im Keller, für alle, die was zu lernen haben, wird dieses Video der absolute Game Changer. Denn ich habe die beste kostenlose Lernsoftware gefunden. Und ich zeige dir jetzt genau, wie du sie am effektivsten einsetzt. Dieses Video wird dein Lernen zehnmal effektiver machen. Guck's einfach bis zum Ende durch und bedanke dich später. Ganz ehrlich, ich habe ja fast ein bisschen gezögert, ob ich das Video bringen soll. Ich habe ja schon mal zweieinhalb Millionen Menschen gezeigt, wie man effektiver mit der Karteikarten-App Anki lernt. 300.000 Studenten habe ich empfohlen, ihr Studium in Notion zu organisieren. Und fast 200.000 Leuten gezeigt, wie man doppelt verlinkte Notizen verwendet. Entweder in Obsidian oder dem ähnlichen, aber recht teuren Roam Research. Anki, Notion, Roam Obsidian, die bekanntesten Videos zu all diesen Apps sind, zumindest auf Deutsch, von mir. Und jetzt kommt da ein Startup daher und bringt eine kostenlose Software raus, die alle diese Apps in einem kombiniert. In diesem Video zeige ich dir, wie du zehnmal effektiver lernst mit RemNote. Das Video ist nicht von RemNote gesponsert. Ich bin ehrlich, ich habe es angefragt, aber sie konnten meine Preise nicht zahlen. Aber ich muss das Video trotzdem machen und ich zeige dir jetzt mal, warum. Also, das hier sieht ja erstmal trügerisch nach einer Dokumenten-App aus. Das erinnert sehr stark an Roam oder Obsidian. Wir haben hier alle meine verschiedenen Dokumente und wir haben vor allem Today's Note. Da haben wir immer das aktuelle Datum und da kann ich mein Daily Journaling ganz einfach betreiben. Stichpunkte als Standardformat und ich kann Seiten verlinken. Zum Beispiel heute esse ich einen Apfelkuchen mit eckigen Klammern, genau wie in Roam. Und dann kann ich hier ein neues Rem anlegen. So, jetzt habe ich eine Seite Apfelkuchen. Apfelkuchen ist lecker. Den besten gibt es auf NiklasStehnfahrt.com. Und hier unten sehe ich die Referenz. Am 7. Juni wurde dieser Apfelkuchen erwähnt und ich kann direkt zurück zu meinem Dokument springen. Okay, cool. Was hat das mit Karteikarten zu tun? Schnallt euch an. Jetzt geht es richtig los. Ich könnte zum Beispiel schreiben, what does Pikachu evolve to? Und dann mache ich gleich, gleich und jetzt ist das krasse, dass hier einfach bei Raichu sowieso steht. KI-Zeitalter. Ich drücke einfach Tab. Ich könnte natürlich auch meine eigene Definition eintragen. Der Punkt ist, das ist einfach mal eine Karteikarte. Die kann man dann nämlich im Karteikarten-Modus testen hier. Show Answer, Raichu. Und kann später in seinen Flashcard-Tab gehen und hat hier quasi einfach Anki und Steroids aus seinen ganzen Notizen. Das ist schon mal so krass und so ein Game-Changer. Ich habe gar keine Worte dafür. Ich kann auch statt gleich, gleich mit diesen spitzen Klammern arbeiten. Also zum Beispiel, what does Bulba so evolve to? Und dann geht es, glaube ich, so. Und dann kommt Ivysaw. Und das ist jetzt eine Karteikarte, die quasi zwei Karteikarten erstellt in beide Richtungen. Und das ist nur der Anfang. Passt auf, Multiline Cards. What are the four houses in Harry Potter? Gleich, gleich. Drittes Gleichheitszeichen. Und auch jetzt einmal Tab gedrückt. Und wir haben hier eine Karteikarte. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. Und die KI muss ich natürlich nicht nutzen. Ich könnte auch selbst verschreiben. Ich könnte auch sagen, warum sollte man Niklas auf YouTube abonnieren? Und dann gleich, gleich, gleich. Und ich schreibe meine eigenen Gründe eher, Moment mal, was war das gerade? Erstklass-G-Tutorials, innovative Videobearbeitungstechnik, regelmäßige Livestreams, exklusive Gewinnspiele. Okay, keine Ahnung, was die KI hier von exklusiven Gewinnspielen weiß. Vielleicht kommt dabei etwas. Niklas-Stehnfahrt.com. Aber im Ernst, ich könnte natürlich auch selbst schreiben, er ist nett. Seine Videos sind unterhaltsam. Er sieht okay aus. So, und dann ist auch das eine Karteikarte. Und ich habe jetzt hier oben fünf Karteikarten. Und da könnte ich jetzt durchgehen. What does Pikachu evolve to? Show answer. Rai-Chu. Okay, wusste ich. Harry Potter Houses, die vier. Alles klar. Könnte ich auch sagen, das hier wusste ich nicht. Dann kann ich das einzeln als vergessen markieren. Oder ich mache hier partial recalled. Ivysol ist die Nachstufe von Bulbasaur. Yo, warum sollte man Niklas auf YouTube abonnieren? Dann weiß man, hier sind gleich drei Punkte, die man wissen muss. Nämlich, er ist nett. Seine Videos sind unterhaltsam. Und er sieht okay aus. Auch wenn die YouTube-Kommentare immer frech sind. Und dann, congratulations, du hast deine Karteikarten gelernt. Und es geht immer noch weiter. Passt auf, List-Cards. What are the key benefits of Huel? Gleich, gleich. Und dann drücke ich erstens. Und dann kommt automatisch eine Liste. Und das funktioniert tatsächlich. Complete Nutrition, Convenience, Time-Saving, Cost-Effective und Sustainable. Das ist richtig cool. Hat das Video nämlich gesponsert. Ihr wisst ja, ich genehmige mir immer gerne diese Shakes. Viele von euch sind auch inzwischen großer Fan. Es ist schnell. Es ist super gesund. Es ist super lecker. Einfach das perfekte Produkt. Gerade für Productivity-Nerds. Und die Vorteile hier, die sind auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. Ich frage mich aber, warum hier nicht 1., 2., 3., 4., 5. steht. Ich hatte mir das eher so vorgestellt. Und das ist hier natürlich der Vorführeffekt, dass man so viertens, fünftens und so weiter hat. Denn dann kommen die alle nacheinander. Genau. So kann man nämlich hier die Karteikarten dann auch mit mehreren Punkten testen, wenn man zum Beispiel sich die Reihenfolge in irgendwas merken muss. Ich bin übrigens positiv überrascht, dass diese RemNote-KI, irgendeine Art-Chat-TVT wird es sein, Hjul so gut kennt. Eigentlich sind die ja nicht immer so ganz up-to-date mit dem Internet. Was ist Hjul? Einfach mal nur spaßeshalber gefragt. Nutritionally complete powdered food that provides all the proteins, carbs and fats you need. Und außerdem alle Ballaststoffe und Mikronährstoffe, die unser Körper braucht. Das ist auf jeden Fall cool. Und letzter Plagg an der Stelle, um euch noch das Lückentext-Feature zu zeigen. Link in der Beschreibung und Code, passt auf, geschweifte Klammer, Niklas Steenfert, geschweifte Klammer, eingeben für 10 Euro Rabatt. Und auch das ist wieder eine Karteikarte. Wenn ich dann später in meiner Karteikartenansicht bin, dann wird da eben gefragt, what is Hjul? Das sehe ich hier noch als Kontext, weil ich das jetzt hier eingerückt habe. Link in der Beschreibung und Code. Wie war der Code nochmal eingeben? Show Answer, Niklas Steenfert und kann auch das hier so als Karteikarte lernen. Erstens, danke an Hjul, cooles Produkt. Zweitens, wie krass sind diese Karteikarten-Features bitte? Was für ein Game Changer für Studium, für die Schule, für die Ausbildung. Ich wünschte, ich hätte das gehabt und ich habe euch das beste Feature noch nicht mal gezeigt. Aber bevor ich euch gleich das, wie ich finde, beeindruckendste Karteikarten-Feature zeige, lasst uns schon mal zusammenfassen. Wir haben hier eine Daily Journaling-App, die genauso gut wie Obsidian oder Roam funktioniert. Ich kann hier meine Notizen schreiben. Ich kann mir natürlich ganze Dokumente anlegen. Habe mir mal aus der Community hier was kopiert. Habe jemand was über Algorithmen geschrieben. Kann meine Uni-Mitschriften machen. Kann dynamisch in dem Text Karteikarten bauen. Und kann mir natürlich auch meine ganzen Studienfächer hier anlegen. Sagen wir mal, neuer Ordner. Module. Mit Unterordnern. Was gibt es für schöne Module? Schule, diskrete Mathematik, Softwareentwicklung, Theoretische, Informatik. Was ein Spaß. So, dann könnte ich hier schreiben Vorlesung 1 und dort dann zum Beispiel die ersten Karteikarten oder die ersten Mitschriften oder eben die Kombination aus beidem anlegen. Ich kann mir eine kleine Homepage bauen. Schön, oder? Fast wie Notion. Dazu gleich mehr. Und sogar Klausuren kann ich hier anlegen. Kann einen Klausurenkalender führen und kann dann pro Klausur sagen, diese Karteikartenstapel sind besonders wichtig. Bitte mach mir mal eben ein Schedule, dass ich bis zur Klausur diesen Stapel perfekt gelernt habe. Kostenlos. Das würde eigentlich schon reichen, oder? Game over. Aber das ist immer noch nicht alles. Jetzt kommen nochmal drei unglaubliche Features. Medizinstudenten, schnallt euch an. Aber, da der Disclaimer, diese drei Features sind sehr stark limitiert in der kostenlosen Version. Es gibt eine Pro-Version, meines Wissens 6 Dollar im Monat für Studenten. Und ich habe ja, wie gesagt, mit RemNote gesprochen, habe mit dem CEO telefoniert. Sie konnten mich nicht sponsern. Aber ich habe es geschafft, für euch zwei Monate RemNote Pro kostenlos auszuhandeln. Und das gibt es tatsächlich jetzt nur bei mir. Nur auf remnote.com-niklas ist die einzige Möglichkeit, RemNote Pro zwei Monate kostenlos zu bekommen. Probiert es mal aus, denn ich zeige euch jetzt mal, was das kann. Dafür brauche ich ein Bild. Hier, hier machen wir mal von unserem lieben Sponsor Huel ein Foto. Und wenn man jetzt also ein beliebiges Bild in RemNote reinpastet, dann kann man hier direkt Karteikarten erstellen. Und zwar kann ich einfach Teile des Bildes covern. Und ja, die kann ich dann nämlich abprüfen lassen. Und es geht sogar noch weiter. Ich kann hier Generate AI Cards drücken. Und der erkennt, was es sich vielleicht im Bild zu verdecken lohnt. So sieht das dann aus. Ist natürlich noch nicht das perfekte Bild als Beispiel, denn dass die 40 Gramm pflanzliches Protein jetzt hier oben links sind, das wusste ich natürlich. Aber das ist jetzt natürlich nicht so wichtig. 26 Vitamine und Mineralstoffe sind in Schuhl drin. 173 gesundheitliche Vorteile bringt es, Schuhl zu trinken. Die Reihenfolge war jetzt nicht so wichtig. Das klassische Beispiel sind natürlich zum Beispiel Anatomie-Bilder, wo die Pfeile auf verschiedene Teile des Körpers weisen. Das ist ein völliger Game-Changer. Aber nicht nur Medizinstudenten profitieren, sondern alle Studenten, die mit PDFs arbeiten. Wir holen uns mal ein PDF. Wenn man Huel zum ersten Mal bestellt, bekommt man immer so ein richtig schickes Booklet. Und dadurch doch die Hoffnung, genau, dass es das hier als PDF zum Runterladen gibt. So, jetzt habe ich hier mein Huel-Booklet oder eben die Slides von meinem Prof als PDF eingefügt. Und jetzt, schnallt euch an, kann ich hier mit dem PDF direkt in RemNote arbeiten und kann zum Beispiel sagen, oh, das finde ich interessant, hier die Mission, nährstoffreiche, praktische und günstige Mahlzeiten mit minimalen Auswirkungen auf Tiere und Umwelt herzustellen. Kopieren, Kommando C oder STRG-C unter Windows. Und das kann ich jetzt hier beliebig einfügen. Und das ist eine Referenz auf das PDF. Selbst wenn ich jetzt woanders im PDF bin oder ich habe das PDF zugemacht und ich gehe hier in meine Notizen und ich klicke darauf, dann öffnet er das PDF an der Stelle. Leute, ich wurde zu früh geboren. Was für eine coole Software, das im Studium zu haben. Meine Freundin benutzt zum Beispiel ohne meinen Zutun schon länger RemNote für ihre Promotion und die arbeitet da, das weiß ich sehr viel mit PDFs. Und die dritte Sache, die ich euch hier zeigen will bei den Pro Features, sind Tabellen. Lernstatus. Da können wir hier Properties einfügen. Notionware. Okay, bei aller Begeisterung ist dieser Teil jetzt hier tatsächlich relativ limitiert. Es gibt keine Kanban, Kalender, Timeline Views, keine Formen, keine Rollups, keine Automations. Man kann sich auf jeden Fall einfache Übersichten basteln, aber für richtiges Projekt und Taskmanagement ist es im Grunde noch nicht geeignet. Und daher jetzt nochmal zu den üblichen Verdächtigen. Anki, Roam slash Obsidian und Notion. Welche dieser Apps kann RemNote nun wirklich ersetzen? Wie einfach ist der Umstieg? Das ist ja auch nicht unwichtig. Und was würde ich dir konkret als nächstes empfehlen? Also bei Obsidian und Roam versus RemNote ist das Ergebnis am neutralsten. Die Funktionalität ist wirklich sehr ähnlich. Man muss sich nicht groß umgewöhnen. Und man kann auch tatsächlich relativ einfach umsteigen. Ich präsentiere euch mein Gehirn. Naja, zumindest mein ausgelagertes. Meine gesammelten, verlinkten Notizen in Roam Research. Einmal komplett exportiert. Das geht deprimierend schnell, weil es halt doch nur Text ist. Dann in RemNote importiert und es funktioniert einfach. Alles korrekt übernommen und weiterhin genau das gleiche Prinzip der Daily Note. Warum diese Art des Journaling, seine Gedanken so zu strukturieren, sinnvoll ist, das habe ich schon mal in einem eigenen Video erklärt. Link dazu in der Beschreibung. Obsidian nutze ich selbst nicht, aber da wird es genauso aussehen. Ein relativ einfacher Umstieg, der dann auch erstmal an sich keine Vorteile bringen würde, wenn da nicht die ganzen Anki-Features wären. Und bei Anki versus RemNote, da sieht es für mich Leute jetzt echt ziemlich klar aus. Das Interface. Die ganzen Features, die ständig immer noch weiter ausgebaut werden. Und vor allem einfach die Integration der Karteikarten in die Dokumente, in den Wissensgraf. Das macht den Vergleich zu meinem geliebten Anki dann doch frappierend einfach. RemNote ist besser und damit nun offiziell meine neue Empfehlung für Active Recall und Spaced Repetition. Dieser nach wie vor, und da ist mein altes Video eben doch noch sehr zeitgemäß, höchst effektiven, unschlagbaren Lernmethode. Gleiches Konzept, neue App und der Umstieg geht auch hier ganz gut. RemNote hat da auch die entsprechenden Anleitungen. Clever von Ihnen. Man kann Anki-Dex als Datei exportieren und dann in RemNote importieren. Klappt gut. Man kann aber auch sogar alle seine Anki-Dex exportieren. Steht in RemNote zwar nicht, aber ich habe es ausprobiert und er hat das gut erkannt. Nur die Anzahl Karteikarten, die sich auf einmal importieren lassen, die ist etwas limitiert. Und danach hat man seine gewohnten Karteikarten in einem Interface, das eben nicht 20 Jahre alt aussieht. Karteikarten, Active Recall, Spaced Repetition, das ist auch genau der Bereich, in dem sich RemNote laut dem CEO jetzt positionieren will. Sie wollen das neue Anki sein, nicht das neue Notion. Gott sei Dank nicht, denn da werden sie wirklich Lichtjahre entfernt. Notion versus RemNote ist ein Vergleich, der von Anfang an hinkt, denn Notion ist keine Notizen-App. Das ist ein häufiger Denkfehler. Es ist keine App für Dokumente, sondern das ist eine interaktive Datenbank mit lauter Datenbank-Features, die RemNote einfach nicht hat und wahrscheinlich auch nie haben wird. Ich meine, probieren wir doch einfach mal aus, Notion-Seiten in RemNote zu importieren. Das Focus Framework ist ja im Grunde keine Software, sondern eine Methodik. Das muss nicht in Notion sein. Das könnte auch in RemNote gehen. Allerdings, wenn man die Seiten in Notion exportiert und in RemNote wieder importiert, dann sieht das gar nicht gut aus. Funktioniert überhaupt nicht. Und ja, man könnte es von Hand nachbauen, man könnte die Grundphilosophie des Focus Frameworks in RemNote abbilden, aber die Details nicht. Das Notification Center, der Posteingang, der Fitnessdrinker, der Zeitstrahl für die Projekte. Das lässt sich so nicht umsetzen, was nicht weiter schlimm ist, denn man kann es sich ja auf Focus.so zu einem fairen Preis holen. Und Notion selbst ist ja ohnehin kostenlos. Lasst uns das mal würdigen, wie unschlagbar der kostenlose Notion-Plan ist. Der Abstand zur Notion Pro Version ist da wirklich gering. Das kann man bei RemNote nicht unbedingt sagen und das bringt mich zu meinem Fazit. RemNote ist erstmal ein Game Changer. Einige wenige von euch haben es mir immer wieder mal empfohlen. Einige wenige Creator-Kollegen ebenfalls. Shoutout an Henry. Und ja, ihr hattet recht. Es ist wirklich super und es ist viel zu unbekannt für das, was es leistet. In der kostenlosen Version bekommt man bereits eine richtig starke App für Tagebuch, Notizen, Studiums, Mitschriften, für alle Dokumente, aus denen man dann Karteikarten erstellen kann. Das ist der Punkt. Für reine Karteikarten zum Sprachenlernen zum Beispiel ist es jetzt kein Game Changer, würde ich sagen. Es sieht einfach ein bisschen besser aus als Sanki. So what? Aber wo es echt der absolute No-Brainer sein sollte, ist zusammenhängendes Lernen. Schule, Studium, Ausbildung. Wenn ich nochmal einen Bachelor machen müsste, dann würde ich vielleicht die High-Level-Organisation, die großen Ziele, das Projektmanagement in Notion machen, aber alles Wissen, alle Inhalte nur noch in RemNote packen. Das wäre auf jeden Fall mein Nummer 1 Tool für Klausurvorbereitung. Der größte Nachteil wahrscheinlich die allerbesten Features, Image-Occlusion-Cards, das Arbeiten mit PDFs, was als Student so unglaublich gut sein muss, die kosten nicht die Welt, aber sie kosten. Wie gesagt, zwei Monate kostenloses Pro habe ich euch schon mal organisieren können. RemNote.com-Niklas ist der einzige Link, mit dem das überhaupt geht und dann probiert ihr es einfach mal aus und guckt, ob es sich für euch lohnt. Sonst habe ich Negatives eigentlich kaum zu sagen. RemNote galt immer als etwas buggy, etwas glitchy im Vergleich zu den etablierteren Apps. Aber da hat sich zufällig gerade jetzt sehr viel getan. Da kommen gerade wirklich täglich nicht neue Features, sondern Fixes, Fixes, Fixes. Die scheinen da einen Bug-Fixing-Marathon zu machen und entsprechend war es für mich auch ziemlich flüssig. Ich habe jetzt keine Probleme gehabt. Insgesamt ist die App halt noch nicht so bekannt. Es gibt schon einige Community-Features, aber man kriegt jetzt nicht wie bei Anki zu jedem Thema perfekt kurierte Shared-Decks. Man kann natürlich aber frech sein und sich die Decks bei Anki holen und sie dann einfach trotzdem in RemNote importieren. Also ich würde sagen, genehmigt euch ein leckeres, gesundes Hue-Shake. Jetzt Link in der Beschreibung. Niklas Stehenfeld als Code eingeben für 10 Euro Rabatt als Neukunde. Und dann setzt euch mal ran und probiert RemNote aus und schreibt mir, wie es euch damit ergangen ist. Gerade wenn ihr in Schule, Studium, in der Ausbildung seid, dann schreibt mir unbedingt, was ihr von RemNote haltet. Ob ihr es vielleicht sowieso schon benutzt und ich bin hier viel zu spät auf der Party. Sagt Bescheid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.